Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In letzter Zeit habe ich einige Partien gespielt und eine Auswahl davon möchte ich euch auf meinem Kanal vorstellen. Und los geht es mit der ersten Runde von einem Schachopen in Nordhausen. Und in der ersten Runde spielt man ja meistens gegen Gegner, die etwas weiter unten gesetzt ist, wenn man selber etwas weiter oben in der Sitzliste ist. Und so spiele ich hier gegen einen Gegner mit knapp 18,50 bzw. knapp drüber. Mein Gegner beginnt hier mit E4 und bekanntermaß spiele ich dagegen gerne Sitzianisch. Habe ich also in dieser Partie hier für Neidorf entschieden. Und wir erhalten hier die Grundstellung von Neidorf und mein Gegner spielt jetzt hier F3. F3 wird in allermeisten Fällen gespielt mit der Intention danach Läufer E3 zu spielen. Beutlich beliebter ist hier direkt Läufer E3 zu spielen. Der einzige Unterschied, den ich jetzt erkennen kann, ist, dass man nach F3 vielleicht auch die Zusatzoption Dame B6 hat. Aber auch Dame B6 ist hier nicht sonderlich gefährlich. Und ich hatte auch nicht die Intention, das zu spielen, sondern hier den Hauptzug E5 und nach Springer B3, Läufer E7. Läufer E3 sind wir dann in Zukunftstellung wieder in der Hauptvariante, wenn Weiß direkt Läufer E3 gespielt hätte. Gut, Läufer E6. Dame D2 und nun Power nach H5. Das ist ein sehr moderner Zug, der vielleicht, denke ich, jetzt sogar ein bisschen die Hauptvariante abgelöst hat oder vielleicht die neue Hauptvariante auch ist. Das ist ein Zug, der mit einem Zeitalter der Engines entstanden ist. Die Idee ist natürlich, erstmal den Bauern Vorstoß nach G4 zu verändern. Man schwächt natürlich damit auch wenigstens seinen eigenen König. Aber Engines haben eben gezeigt, dass es tatsächlich gar nicht so schlecht ist, wenn man sich einigermaßen auskennt und weiß, wann man kurzsuchieren kann und wann nicht. Es ist nämlich auch eine gute Methode, inzwischen den König auch etwas länger im Zentrum zu lassen. Hier stehen ja viele Figuren von Schwarz und beschützen den König auch ganz gut. Und dann erst im passenden Moment sich vielleicht an den Königsflügel zu verkrümeln. Mein Gegner spielt hier Läufer E2, mache Springer B, D7. Nun spielt mein Gegner Springer D5, was man auch machen kann. Und ich schlage mit dem Springer raus, muss mit dem Bauern wieder schlagen und Läufer E5. Und jetzt spielt mein Gegner hier Läufer D3 und versucht hier die Läufer zu tauschen. Diese Idee gibt es, aber es ist natürlich ungünstig von weiß hier erst Läufer E2 zu spielen und dann Läufer D3. Man kann die ganze Variante auch in einem Zug spielen. Dafür gehe ich einmal kurz in ein paar Züge zurück. Und zwar, wenn weiß hier nicht Läufer E2 spielt, sondern Lange Rohrade, dann gibt es so eine Variante mit Springer D5. Schlagen, 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 Läufer D3. Und wir sehen hier schon den Vorteil gegenüber der Partie. Weiß hat einfach einen Zug mehr, weiß hat hier schon die Lange Rohrade ausgeführt. Und hat einfach einen Zug mehr im Gegensatz zur Partie, in der eben Läufer E2 kam. Dann kam auch folgende Sequenz hier. Zack, zack, zack. Und Läufer H4 Schach. Das ist vielleicht eine kleine Ungenauigkeit. Ich war mir in der Partie echt nicht sicher, ob man hier direkt Läufer G5 spielen sollte oder vielleicht erst Läufer H4 Schach. Habe mich dann am Ende für Läufer H4 Schach entschieden. Ich dachte, G3 ist ein bisschen schwächend. Die Engine sieht das anders. Basti sagt eher, dass man dann nach Läufer G5 E2 ist ja die Absorption hat, F4 zu spielen. Ich dachte mir, ja, F4 ist vielleicht gar nicht so schlimm. Tatsächlich sagt die Engine, dass zum Beispiel so eine Stellung hier in Ordnung ist und möchte an der Stelle König D2 spielen. Das ist jetzt nicht sonderlich menschlich. Von daher dachte ich, okay, ich provoziere G4 und hatte eigentlich mit F4 nicht so wirklich gerechnet. Aber kann man anscheinend machen. Mein Gegner entscheidet sich für den menschlichen Zug der Lange Rohrade. Läufer E3, Dame E3. Schwarz wollte hier diesen Läufer tauschen, denn die Zentrumsbauern von Schwarz sind auf E5 und von D6 festgelegt. Das heißt, der Läufer hat auf E7 meistens nicht die besten Perspektiven und den hier abzutauschen ist gar nicht so schlecht. Und jetzt landen wir hier in einer Stellung, wo zwar einige ungenutzte Drei-Leichtfiguren schon abgetauscht sind. Aber das darf einen nicht täuschen, da ist in der Stellung trotzdem noch viel los. Und ich finde die Stellung eigentlich sehr angenehm für Schwarz. Nicht, dass man hier großen Vorteil hätte oder irgendwas sowas. Aber ich finde die Stellung einfach angenehm zu spielen. Hier ist einer der Momente, wo man kurz hochieren kann. Mein Gegner entscheidet sich jetzt zwar direkt G4 zu spielen, aber den kann ich hier erstmal schlagen. Und ja, jetzt sollte Weiß, hat er an der Partie auch gemacht, direkt auf G4 wieder schlagen. Wenn er versucht sowas wie Turm G1 zu spielen, um vielleicht mit dem Turm wieder zu schlagen, kann ich hier tatsächlich F5 ganz gut spielen. Das ist auch eine sehr typische Idee für diese Art von Stellung. Die Idee davon ist einfach, dass man nach F steht G hier F4 spielen kann. Und dann hat man zwei verbundene Freibauern, die auch noch gedeckt sind. Also der E5-Bauer ist auch noch mehr als genug gedeckt. Und die Stellung ist tatsächlich schon ein bisschen besser für Schwarz. Und ja, auf einem langen Wann würde ich auf jeden Fall immer Schwarz nehmen. Weil ich, wie gesagt, zwei verbundene Freibauern sind stark. Auch wenn man hier das Feld E4 abgibt, da steht Schwarz trotzdem besser. Ja, von daher sollte Weiß hier wieder schlagen auf G4, hat er auch gemacht. Ich habe mich jetzt hier für Dame C7 entschieden, weil ich dachte, das ist der flexibelste Zug. Die Dame muss eh irgendwann ziehen, damit die Türme verbunden sind. Und ich gucke hier so ein bisschen auf das Feld C2. Es gibt auch andere Züge, man hätte vielleicht auch überlegen können, direkt A5 zu spielen. Oder vielleicht Turm AC8. Aber ich wollte mir eben auch offen halten, welchen Turm ich nach C8 spiele. Und zwar habe ich dann nach weißem H4 mich dafür entschieden, den F-Turm zu nehmen. Nee, gar nicht wahr. Ich kriege euch hier offen ins Gesicht. Ich habe natürlich erst A5 gespielt. Ja, ein Zug, Turm C8 wäre auch in Ordnung gewesen. A5 hat natürlich die Idee, hier A4 zu spielen und einen Springer mit Tempo wegzukicken. Mein Gegner hat sich jetzt hier entschieden, König B1 zu spielen. In der Partie hatte ich ehrlich gesagt mehr Angst vor, wenn er versucht, sowas wie H5 zu spielen. Und tatsächlich hätte ich da auch ganz gut antworten können mit erstmal dem logischen Zug A4. Das greift wie gesagt den Springer an. Erst hatte ich ein bisschen Angst vor H6, aber hier kann ich es inzwischen nehmen, weil Schwarz keine Zeit hat, hier inzwischen zu nehmen oder Dame G5 zu spielen. Wenn er Dame G5 macht, wird er zwar auch matt, aber ich bin der Erste, der Schachmatz setzt. Von daher geht das hier für weiß nicht, weil er einfach den Springer verliert. Weil er diese Zwischendrohung dann parieren muss. Aber wenn er hier den natürlichen Zug macht, springe er D2, den springe er D4, springe er F3. Dann kann ich hier zum Beispiel Turm FC8 spielen. Das ist ruhig wieder matt. Das heißt, der Weiß hat keine Zeit, hier einen Angriff zu entfalten. Man sollte hier Dame D3 spielen. Und jetzt kann ich sowas wie Turm A5 machen. Und H6 funktioniert jetzt taktisch nicht. Wegen Turmsteck D5. Die Dame ist hier gebunden an den Bauern auf C2. Und zum Beispiel, okay, Dame E4 ist nicht der beste Zug, aber nach Dame E4, Turm D4 wäre die Partie auch schon vorbei. Weil es hier die Dame fallen würde, weil die Dame, wie gesagt, den Punkt C2 weiter verteidigen muss. Und das nicht so wirklich geht. Also gut, man könnte noch den machen, aber jetzt kommt G6. Und jetzt hat final die Dame keine Felder mehr und dem Bauern C2 zu decken. Und müsste sich jetzt opfern. Von daher hätte ich da auch tatsächlich gar nicht so viel Angst haben müssen und vor. Aber in der Partie ist man sich bei entgegengesetzten Orhanen natürlich immer nicht so sicher. Weil beide Parteien haben natürlich die Idee, hier einen Angriff zu entfalten. Und die Frage ist immer, wer schneller ist. Ich habe mir eigentlich ganz gute Chancen ausgerechnet, aber es ist trotzdem immer gefährlich. Und so kann man auch gerne mal eine Partie gegen einen deutlich schlechteren Gegner, zumindest von der Wertungszahl her, verlieren. Der Gegner hat sich aber hier für König Beeinträchtigung. G6 ist an sich auch ein natürlicher Zug. Gefällt der Engine nicht so gut, aber es ist an sich ein natürlicher Zug. Aber nach A4 hat er dann was sehr komisches gemacht. Und der zweite Gegner, der gegen dich das gemacht hat, wenn ich angreife. Und zwar hat er den Springerzug nach A1 gezogen. Ich hatte es schon mal, dass ich weiß hatte und der Gegner hat dann Springer H8 gezogen, um den F7 zu decken. Ich weiß, in manchen Stellungen gibt es das. Also zum Beispiel Springer A1, dann C3, Springer C2. Aber in vielen, also ich würde sagen, in 80% der Fälle ist Springer A1 oder Springer H8 eher ungünstig zu spielen. Weil eben, ja, es gibt viel wenig schlechtere Felder als das Eckfeld am Rande für den Springer. Weil der nur zwei legale Züge hat und hier hat er auch im Moment gar keinen sinnvollen Zug mehr, weil nach C2 kann er nicht, nach B3 auch nicht. Also als ich Springer A1 gesehen habe, war ich sehr zufrieden. Und ich habe aber schon wieder Quatsch gebaut. Perfekt. Ich habe erst, ich habe Turm C8 gespielt, mit der Idee, den C2 zu angreifen. Und dann hat er Springer A1 gemacht. Und dann habe ich A4 gespielt. Also wir hatten eine Stellung, aber über, dieselbe Stellung, aber über Zukunftsstellung. Und mein Gegner hat jetzt hier A3 gespielt, um selber A3 zu verhindern. Und ich habe mich jetzt hier sehr wohl gefühlt und habe Springer B6 gespielt, mit der Idee, den Springer nach C4 zu stellen. Und dann kommen hier alle möglichen Angriffsideen ins Ziel. Und es zeigt sich einfach, dass der schwarze Angriff deutlich schneller ist, als der weiße. Und die schwarzen Figuren auch aktiver stehen. Vor allem natürlich, wie gesagt, wenn man sich hier diesen Springer anguckt. Der Gegner macht G5. Wie gesagt, ich dachte eigentlich immer, der gefährlichere Plan ist, hier H5 zu spielen. Da hatten wir nochmal Ideen mit Dame G5, H6. Die vielleicht auch gar nicht so ungefährlich sind. Also wenn ich jetzt hier nichts mache, kann ich hier vielleicht schon H6 spielen. Und dann Dame G5 und dann Dame F6. Als wenn ich G6 spiele, dann ist hier schon Alarm. Ich sollte Turm A7 natürlich nicht spielen, sondern hier sollte ich eher Springer C4 machen, was die Dame angreift. Und die hat dann auch keine guten Felder. Beste ist vielleicht wirklich noch Dame mit C1 zu machen. Aber jetzt kommt Turm A5. Wir haben da tatsächlich eine relativ ähnliche Partiestellung. In der der weiße Angriff sehr langsam ist und der schwarze Angriff hier durchschlagen sollte. Ich bin hier schon sehr oft auf dem Bauer und B2 drauf. Und die weißen Drohungen sind nicht so gefährlich wie die schwarzen Drohungen. In der Partie kam, wie gesagt, G5. Jetzt habe ich Springer C4 gemacht. Er ging zurück nach C1. Und jetzt mache ich hier Turm A5 mit eben der Idee, den Turm nach B5 oder nach C5 in den Angriffen mit einzuschalten. Und alle schwarzen Figuren sind hier aktiv und spielen mit. Und die weißen Figuren, ja, stehen alle auf der Grundreihe. Ist auch die Bauern. Von daher, ja, die Störung ist schon sehr, sehr, sehr gewonnen, kann man sagen. Ich versuche mich jetzt hier aber noch zu tricksen und spielt G6. Und ja, hier habe ich lange Zeit an dem Opfer auf A3 gerechnet. Habe ich aber im Endeffekt erst entschieden, erstmal hier auf G6 zu nehmen, weil sonst schlägt er immer auf F7 zurück. Und wir gucken uns gleich die Varianten an hier mit Springer schlägt A3, denn in der Partie folgt er H5. Und jetzt habe ich mich hier für Springer schlägt A3 entschieden. Die Idee ist, dass er hier B schlägt A spielen kann. Aber ich dann Turm B5 habe mit Schach auf den König. Gut, König A2 funktioniert nicht gut. Dann habe ich Dame C4, Springer B3, AB. Okay, und weiß geht hier in wenigen Zügen matt. Laut dem Computer sollen es angeblich 7 sein. Aber es ist hier relativ offensichtlich, dass das hier nicht gut ausgeht. Allein schon, weil die Dame fällt. Okay, jetzt sogar mehr als 7. Mehr weniger als 7, pardon. Aber genau, es geht schach matt. Es geht also nicht. Das heißt, nach dem Schlagen des Springers, Turm B5, kommt Springer B3. Und jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich hier nicht den besten Computerzug geplant hatte. Der beste Computerzug ist hier Dame nach C3. Und sagt einfach, dass es keine Drohung gibt. Ich wollte tatsächlich hier in meiner Vorausberechnung auf B3 schlagen. An weiß C4 spielen. Und dann wollte ich auf C4 schlagen. Und dieses Endspiel spielen, wo ich einige Bauern mehr habe. Aber man muss ein bisschen vorsichtig sein. Weil Turm C1 droht zum Beispiel hier matt. Oder die Drohung hier reinzukommen. Und man kann auch Turm C5 spielen. Und das Endspiel ist tatsächlich auch gewonnen für Schwarz. Aber nicht so klar wie der andere Zug, Dame C3. Und ein Grund, warum ich Angst hatte vor... Oder warum ich hier einfach irgendwie Dame C3 nicht auf dem Schirm hatte, ist... Wenn wir mal... Gut, ich muss ein paar Nullzüge machen. Das ist schlecht. Aber nur, um dir eine Idee zu zeigen, ist... Wenn ich hier nichts mache, hatte ich immer Angst vor so einer Kombination hier. Die Leute von euch, die vielleicht viel Puzzle was spielen, kennen solche Kombinationen. Man aufbaut beide Türme, um im Endeffekt dann die Dame auf die H-Linie zu kriegen. Und hier hat dann der weiße Dauerschach. Ich kann hier die ganze Zeit einfach Dauerschach geben. Ja, und davor hatte ich dann... Hatte ich immer die ganze Zeit Angst. Und hab das immer berechnet, ob das geht oder nicht. Und deshalb hatte ich... Hätte ich hier Dame C3... Ich weiß nicht, ob ich den vielleicht noch gefunden hätte, aber... Hätte ich nicht so auf dem Schirm. Aber der Unterschied ist jetzt, Dame C3. Wenn wir jetzt hier nochmal diese lange Variante durchgehen, wenn er jetzt auf G6 schlägt und ich schläge den Springer und er aufbaut alles, dann kann ich ja nach C7 rauslaufen. Weil der Unterschied ist, meine Dame steht auf C3 und ich habe C7. Das heißt, jetzt habe ich das Feld C7. Und kann mich hier verstecken. Und die Stellung ist einfach matt in wenigen Zügen. Sobald mein König den Schachs entkommen ist, geht es den weißen König an den Kragen und dann ist er einfach matt. Ja, das... Weiß nicht, ob ich das gesehen hätte. Da muss ich zu meiner Schande ehrlich gestehen. Aber er hat den Zug hier König A2 gemacht, der tatsächlich auch besser ist. Einfach aus dem Grund, dass diese Variante, die ich euch gezeigt habe, mit Dame C3, die crushed weiß einfach. Also vielleicht hat er die gesehen und dachte sich, oh Gott, versuche ich lieber König A2. Aber jetzt kann ich hier den C2-Born schlagen. Und nach dem Schlagen auf G6, was er auch gemacht hat, kommt jetzt Dame C4 Schach. Und ich habe wieder dieses Opfer mit Springer A3. Und diesmal hat er hier keine Bauern mehr, die er dazwischen ziehen kann oder kein Feld mehr für den König, weil die Dame jetzt das Feld A2 abdeckt. Erst diesmal ist er gezwungen zu schlagen, aber jetzt kommt Turm B5. Und hier Dame B2. Ah genau, das ist wahrscheinlich auch der Zug, den ich gerade gemisst habe, wo ich ankündigt habe, dass das hier matt in sieben Zügen ist. Da hätte er wahrscheinlich die Dame aufgeben sollen. Und ich, wie ich auch gezeigt habe, hier Springer B3, weil dann kommt Dame schlägt B3 und dann ist es tatsächlich matt in zwei Zügen, weil eben die Dame hängt. Und dann habe ich hier die Auswahl. Dame B2 ist matt oder Dame schlägt A3, gewinnt auch noch einen Bauern und setzt dabei matt. Also ja, im Endeffekt würde man sagen, ein relativ sauberer Sieg. Aber am Brett fühlt sich das immer, finde ich, noch ein bisschen komisch an, weil man hat schon immer Respekt vor den gegnerischen Drohungen und vor dem gegnerischen Angriff. Aber im Endeffekt hat das gut geklappt und es war ein guter Einstieg ins Turnier. Und ich hoffe, euch hat die Partie auch gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich doch gerne über einen Kommentar oder eine positive Bewertung wissen. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch viel Erfolg in euren Schachpartien. Bis dahin! Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch viel Erfolg